So Freunde, wieder mit einer Superimmobilie, 300 Quadratmeter Penthouse mitten in Mahmutlar, allerdings nicht zwölf Stockwerke, sondern nur fünf Stockwerke, direkt am Barbaros Chattesi, das heißt Hauptstraße, das wäre wie in München Sonnenstraße, also Mehrwert ist hier 100% garantiert, 300 Quadratmeter rundherum Balkon, wir sind jetzt im obersten Stock von diesen Duplex Wohnungen, 4 plus 1, ich führe euch vor, also man müsste hier ein bisschen was vielleicht investieren, dass man seinen Stil reinbringt, aber ansonsten die Räumlichkeiten und so weiter sind gut geschnitten, Kostenpunkt für 300 Quadratmeter Penthouse ist 120.000 Euro. Die haben LEDs und so weiter angebracht, was nicht schlecht ist, vorne gleich das Meer, man ist in diesem Fall nur zweite Reihe und hier darf man sowieso nicht bauen, weil das hier Poolbereich von diesem Immobilie und vorderen Immobilie ist, Balkon, ich denke 50, 60 Quadratmeter Balkon rundherum, rundherum ist gut, weil man hier eben im Sommer Schattenplatz sucht, nicht die Sonne, deswegen wäre überall möglich hinzugehen. Das ist Barbaros Chattesi, das ist die Hauptstraße, Einkaufsmeile, da gibt es diverse Geschäfte, Fitnessstudios, Supermärkte, Ärzte, Veterinäre, also alles befindet sich dort in Machmutlar. Dann kann man mal hier rein, das ist ein großes Schlafzimmer, denke ich mal, mit einem separaten Badezimmer, also ich muss sagen, ich versuche ja immer 100% fair und ehrlich zu sein, was mir auch dann oft gelingt. Hier muss man Geld in die Hand nehmen, Badezimmer und so weiter schön gestalten, dann hat man hier ein Traumpenthaus, zwei Riesenräume waren jetzt hier, wie ihr gesehen habt, und die Lichter haben Bewegungsmelder hier Treppen entlang, finde ich auch schön, ich stehe auf diese Kleinigkeiten, der kleine Boy wird jetzt hier sagen, aber was soll's, ich mag das. Hier wäre Küche, man könnte ganz anders noch gestalten hier, Räumlichkeit ist groß genug, hier könnte man Insel bauen, dass man Kochinsel hier hat, Klimaanlagen, Lichter und vorne das Meer, also man sieht wirklich die Wellen vorne, man ist vielleicht Luftlinie 300, 350 Meter, seht ihr Freunde, die Wellen, es war nur ein Spalt, aber man sieht es, und von oben sieht man auch Burg von Alanya, das ist jetzt unteres Stockwerk, auch hier hat man Balkon, geht auch um die Ecke, also dann hat diese Anlage, Freunde, Generator, Generator ist dafür da, wenn Strom ausfallen sollte, hat man kein Problem, weil das durch Generator erzeugt wird, dann Parkplatz, Fitnessstudio, Pool und diverse andere soziale Aktivitäten, wer Lust hat, günstig in Mitten Mahmudlar ein schönes Objekt zu kaufen, wo nicht zwölf Stockwerke ist, dann hier zu langen, also wie ihr seht, vorderen sind zwölf Stockwerke und hier ist fünf, ich finde eine geile Gelegenheit für wenig Geld, viel Quadratmeter zu kaufen, bis dann Freunde.